Oh, Garados, mach keinen Scheiße. Garados, geht doch. Ein K.P. Girafarik, nein, ich wechsle. Japp. Level 39 reicht. Hey. Und Flügel schlagt. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Yes, 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 yes. Nee. Ich hasse es. Haha. Wie witzig. Oh, yeah. Ein Level Up. Kommt ja wie gerufen, Sternsucht. Ich werde gleich das Sonderbewohnung benutzen. Ich weiß, es ist ein bisschen faul, halt, von mir zu trainieren, aber egal. Was zum... Geht doch. Meine Fresse. Ach, ich dachte, das wäre nicht so effektiv. Penner! Lala, 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 lala. Was soll ich bereuen? Ein Angler. Ups. Mit solchen schwachen Pokémon. Na denn. Ja, jetzt bist du tot. Mann! Witzig. 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 um ich hab nichts dagegen gut, du hast eingefroren, ich hab nichts dagegen also mit solchen schlechten Pokémon willst du die Liga herausfordern? ist ja witzig echt, sehr witzig da kommt einmal der Shambach-Hyperstreu und alle seine Pokémon sind auf einmal tot du 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 bist du auch nicht gehen laufen ne, ich halte das nicht mal aus tauschen ne, ich möchte Shamb werden, ab nach Kanto, danach ab nach Silberberg ne, ich halte das nicht mal aus Psyen ne, ich halte das nicht mal aus ein Traum, Töte Tönobdó Tönobdó ne, ich halte das nicht mal aus ein Haus und kurz muss ich von meinen Muggelbau noch den Sonderbombern geben ich hab sogar Zoppeleber hey Tönobdó 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 Ja, Tour-Talk. Es reicht wohl nicht, mich nur normal fertig zu machen, ne? Ja, komm, fick mich doch zu Tode, Alter, du Mistgeburt. Du Mistgeburt-Sing. Oh mein Gott. Biss und tot. Und bevor ich mein Top-Beleber verschwende, renne ich lieber zurück. Danke. Hier längst oder da längst? Ich hoffe das.